In Artikel 106 der Bayerischen Verfassung steht, jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung. So, und jetzt wird es die große Herausforderung, die Baukosten bleiben oben und jetzt steigen die Zinsen. Die Umnutzung von Büros in Wohnungen, dass man die erleichtern. Genehmigungsverfahren, die schneller abgewickelt werden, dass man einfach mehr leichter an Grundstücke kommt. Die Erbschaftssteuer ist in unseren Augen eine Neidsteuer, dass die einfach die Gefahr besteht, dass immer mehr Investoren dann sich dann die Objekte schnappen, da wo die Erbschaftssteuer nicht bezahlt werden kann.